Du warst schon fast in Berlin, Alter. Was dachte? So wie du hier ran bist. Was warst du nicht in Berlin? Fränky hat mir nichts gesagt. Fränky hat dir das gesagt? Oh? Siehste, Fränky hat es auch nicht gehört. Ja, das ist viel lange. Ey, kriegst du deinen fetten Arsch nicht über die Mauer oder was? Vor uns! Warte mal. Da kommt doch einer hier ran. Wollte ja. Kommst du jetzt mal rein und liefst mich? Ich bin noch schon drin, ich helfe dir aber trotzdem nicht. Ich habe heute nicht gespielt. Catfish Grove, ne? Ja. Nein, verdammt dich doch, das sind zwei Läufe. Ich muss bloß einlaufen, oder? Ja. Die steche ich ab. Die wird gemeuchelt. Großmutter Erna, niedergesprochen. Du machst dich weg mit dem Fantasie. Ja. Erna, ich mochte dich nie. Da ist ein Hinweis. Nehmen wir, ne? Das bringt... Ja, die haben wir hier voll. Das ist bares Geld. Meine 25 Glocken. Oh, Hammer. So. Wollen wir zum Schlachthaus? Füllt sich gut rum. Okay. Ab ins Wasser. Oh, warte, warte. Ich habe bloß gehört, Freunde. Was denn? Nein, das sind die Seiten. Nein, passt. Alles gut. Auf der anderen Seite war es vor. Also komisch. Cool geht. Der Burgler. Äh, nicht, dass da wieder so verdammte Wasser zu treffen ist. Ich bin da ja auch nicht richtig drin, wir sind schon immer zu leichtfüßig unterwegs. Gleich knallt uns einer ab. Oh, sie schnaubft schon wieder nach Luft. Da vorne ist ein Versorgungswagen, aber wir brauchen ja noch nichts. Wir haben doch gestern Glück gehabt. Endlich mal. Endlich mal. Endlich mal. Wir hatten gestern. Mindestens drei gute Runden, Alter. Ne, aber ich meine, dass wir... Oh, Junge. Ach, die Jägerei rauskriegen. Ne, ne. Ich weiß nicht, dass wir ein Treff jetzt hier haben, den nächsten Zeicheln kommen. Ach so. Ah, ach so. Ich höre Hunde da hinten. Und die Baller. Wart schon wieder so. Ich höre Köder. Ein bisschen lauter machen hier. Ja, ich habe es gehört. Pferd. Hast du auch noch mitgenommen? Manu lässt sich nichts durch die Latten gehen. Nein, der ist nicht hier. Dann nehme ich den Hinweis. Du hier mit den XP. Das ist Gold, Alter. Ja. Aber das Hauptziel ist ja, hier rauszukommen. Ja, und den Schlechter zu töten. Dann kommen wir mal runter zur Davant Ranch. Davant Ranch. Oder Davant Ranch. Oh. Ja. Hammergottes, Alter. Da unten ist schon das Boot, Alter. Wollen wir raus? Wo rennt es hin? Ich denke, wir wollen zur Davant Ranch. Ja. Wir laufen doch. Ja, jetzt. Du warst schon fast in Berlin, Alter. Was dachte? So wie du hier ran bist. Was bin ich in Berlin? Keine Ahnung. Berliner Essen. Oh. Oh. So schlecht. Dafür muss er aber nicht nach Berlin. Oh. 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 Alles wird hier tot gehämmert. Ey, hier ist er drin. Ich hab's im Urin. Oh. Ne, okay. Ist er nicht. Oh, ist jetzt ein Hinweis. Was? Den sammle ich ein. Das war mir so klar. Oh. Oh. Mit dem Schädel aufs Fass. Achso, er ist schon hinüber. Ich hab ihm nochmal einen Markt geschenkt. Oh, scheiße. Ich hab's doch gleich gehabt. Kein Wasserpapier. Hast du ja auch nicht. Freddy hab ich das gesagt. Franky hat das gesagt. Franky hat das gesagt. Was? Siehste, Franky hat's auch nicht gehört. Ja, das ist viel warm. Der Beweis ist auf Video. Und jetzt wissen alle, dass es wieder hinlaufen wird. Was? Weil der Beweis auf Video ist? Nein. Weil du wieder jeden Hinweis aufnehmen musstest. Weil du wieder jeden Hinweis aufnehmen musstest. Und da ist schon geballert. Alter. Mach sowas nicht. Mist. Scheiße. Das ist der Meuchler. Ich hab meinen Hammer schon dabei, Alter. Ja, der Meuchler wird gerade extruiert. Weil da schon jede Menge geballert ist. Scheiße. Wir sind ja auf offener Fläche, Alter. Das hier fällt mir ja auch nicht. Ach, auf einmal. Jeden Hinweis aufnehmen. Aber, oh, wir sind auf offener Fläche. Naja. Und die Fresse. Wie sprichst du mit deinen Mitbürgern? Jungs, kommt doch noch eins, bitte. Oh, hier drinnen geht es schon heiß her. Ey, kriegst du deinen fetten Arsch nicht über die Mauer oder was? Vor uns! Komm hinterher. Die knallen wir ab. Jawohl, ich treffe. Sehr schön. Aber dann wischst du los. Ja, ja. Na, ich hab den zweimal schon vorbereitet. Da hat er schon kassiert. Da hab ich, glaub ich, zwar im Noscope angeschossen. Puh, Ducky, hast du sie gesehen? War es ein Noscope? Ich weiß es nicht. Glaube schon. Ah, die scheiß Tür alle. Nein. Er war wohl im Andertog-Modus. Er wollte allein hier auf Retota. Ah, ich weiß nicht. Jetzt hab ich natürlich meinen Hammer verworben. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das sauber aus. Hm. Ah, den Typen haben wir auch nicht weggemacht, Albert. Das war schön. So, gefällt mir das. Team war von Peinster. Ich hab bloß 10, wenn wir sie mal vor den Kreuz finden lassen. Ja. Warte mal. Da kommt doch einer an die Rand. Ich weiß ja. Ich hab nur einen. Ja, machen wir mal gewischt. Gut, hinterher. Okay. Das war der zweite. Sehr schön. Oh, cool. Nehm ich. Oh, was hat der für eine Knache, Alter? Nein, das war mein ich. Ich hab sein Ding gemacht. Okay. Ja, dann holen wir ihn uns, oder? Ist jetzt keiner mehr drin? Nein. Ich glaub, wir haben beide gewischt. Nehmst du die Axt? Wir haben Axt. Ich will auch einen Knüppel. Mann, kein Knüppel hier für einen alten Matze. Kommst du jetzt mal rein und hilfst mir? Ich bin doch schon drin, ich helfe dir aber trotzdem nicht. Naja, ähm, soll ich mal nicht das Zeug, uns das Viehzeug vom Hals halten? Was ist das denn? Was ist das denn, der Schwein? Was ist das denn, der Schwein? Oh, steig. Oh. 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 Scheiße, ich hatte euch was erwischt schon wieder. Da schmeißt euch was, der Bastard. Da war nichts, was du drauf geschossen. Ja, ich hatte nichts zum Hauen. Das ist nicht. Mist, da haben wir es zu schwer. Aber jetzt habe ich noch mal erwartet, die Oxt liegt da wieder. Scheiße, da sind er mir. Jawohl, sauber. So jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, die Wichser wollen hier rein. Hier laufen sie rum, Junge, wie die aufgescheuchten Hühner. Da schmeißt sie in der Dynamit. Oh, das ist dieselbe Redung. Nee, die hat immer was reingeschmissen. Ja, wir haben das auch jetzt. Bleib am Leben, ich nehme an das Häftchen. Nix ist kill. Ich habe ihn umgenleaded, aber. Sauber. Ich wollte mir gerade den Medipack nehmen, Alter. Scheiße, der hat mich umgenleaded. Was? Wartet an der Treppe, Alter. Da, vor mir. Da ist er. Schießen. Ja, schießen ab. Nein! Ah, Alter. Naja. Ich glaube, drei Typen haben wir kalt gemacht. Ist okay. Ich bin gerade gewundert. Da haben wir ein komplettes Team ausgerottet. Würde ich fast sagen. Mal gucken, ob eine 3 jetzt bei mir drin steht. Mh, Mh.. Mh, Mh, Mh.. Mh, Mh, Mh.. Mh, 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 Mh Bis zum nächsten Mal.